Aufzug A Mitarbeiter im Primetower haben die Möglichkeit, über Batsch oder Handlehnen das Gebäude betreten und dabei werden automatisch Stockwerk zugewiesen zur Person. Der Mitarbeiter muss im Lift nichts mehr anwählen und es gibt auch keine Bummelfahrten mit zig verschiedenen Mietern, die seit dem Stockwerk verteilt sind. Man hat einen gesammelten Zugang auf seine Fläche und der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, vor Ort noch einen neuen Lift zu rufen, wenn mal zu viele Leute auf das Mal im Lift wären. Die Nutzer merken nichts von der UV-Desinfektion. Das Gerät zieht die Luft direkt ein, desinfiziert im Inneren und stösst die Sauberluft wieder aus. Die Nutzer merken höchstens, dass es einen leichten Luftzug gibt, es wird die Luftumwälzung und so wird es sich rund und durch sichergestellt. Man sollte Up und zur Fung map auf diese Folge Auf dressen mailing sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal! Alles, 충분!